Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Halle hier Marco. Ja, hallo. Ist ein paar Tage, ha? Ja, das letzte Mal ist ein paar Wochen, Monate her. Monate vielleicht? Na gut, Xairakan, na? Ich weiß jetzt nicht, was der Plan von Shako war, na? Der hat seine Boxen so gestellt, dass die Wölfe auch angegriffen wurden. Aber ich meine, jetzt macht er einen Grump. I don't know. Oh, seltsam, okay. Oh Gott, hier ist noch das Emote-Zeug an. Ich sehe noch die Emotes links. Na, naik, dass ich länger nicht gespielt habe. Ich habe schon drei Videos bekommen. Oh mein Gott, das ist witzig. Das ist nicht so schlimm, das ist nicht so schlimm. Ich meine, Rakan Xair haben wir ja nicht umsonst gepickt. Wir haben hier eine Ding da, die da. Ich probiere jetzt trotzdem mit einer Hard-Engage. Hm. Okay. Okay. Uh, hellöchen. Ah, schön, sehr tief. Daran muss ja sogar noch der Flash dran glauben. Aber mehrere funktionieren in der Sekunde wahrscheinlich nicht. Ich habe noch die Grat. Ich schaffe es halt nicht jedes Mal. Ich schaffe es halt nicht jedes Mal. Wir werden alt, Flo, und wir werden rosty. Seine Beine sind einfach zu langsam. Was kann ich dafür? Ich habe geklickt. Rakan hat nur nicht gefolgt. Ja, also wir haben ja jetzt ein paar Tonnen auf XP geschert. Das ist halt auch nicht so geil. Das ist richtig scheiße. Wir hätten auf jeden Fall einen Kill rausbekommen. Müssen, sollen. Sona ist halt ein bisschen nervig. Ja. Das wäre noch nicht weit, ne? Ja. Ach, ach, ach. Ich habe auch nicht mehr. Wir müssen weg. Rakan hat nur viele gute Mannschafts, aber das hier ist Kites. Näh, ich nicht. Oh Gott, ich muss gut sagen. Vor allem meine Farmen. Ich meine, ihr wisst ja, ich farme echt. Aber so komisch, da lieb ich zu spielen nach so langer Zeit. Ich sehe endlich mal auf meine Sachen hier. Das eigene Team ist ja immer, wenn man Tab drückt, da ist der eigene Charakter momentan ganz oben. Ja, ich hab's wieder geändert. Komisch, alles zu viel, neue Sachen für einmal für meinen Hirn. Aha, Hirn! Hast du die bekommen? Alle! Hey! Ich bin ganz heller stolz auf mich. Klappt ja! Ich muss noch nichts vorbereiten. Ich bin nicht in Gott, danke. Ja! Er kann uns ja auch ein klein bisschen genervt, ne? Ja. 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 Und komplett gestackt. Da komme auch ich nicht mehr raus. Ja. Ja. Ich hab's gemacht. Äh. Geh zu. Geh zu, geh zu. Sorry,�� Fran. Every day in my life. Hmm, wie schrotzt eigentlich la... What? Did one play video play? Jaaa, nicht ganz. Nein. Kann man den noch halten? Ich weiß nicht. Nee, okay, tschüss. Schön mit dir tun. Geiles Metap, wie gesagt. Na gut, gibts noch. Das ist halt auch eine relativ roten, oder? Keine ist sehr gut. Wer habe ich hier? Einen von ihnen! Zack, zack, zack. Ich habe halt nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Zumindest das Gold wollte ich haben. Ich guck mal. Oder auch Spellfief. Geht schon. Voll rein, wie die beiden zwei. Nichts. Nee, absolut nicht. Das ist so, wie wenn halt... Wie sagt man am besten? Gegen uns spielen so zwei 16-jährige voller Energie. Wir sind halt so die Rentner. Da geht es halt nicht mehr so schnell. Hm. Guter Vergleich. Trauriger Vergleich, guter Vergleich. Ja, ich könnte mir ein paar Schuhe kaufen. Hm. Ja, wir werden gespottet. Ja, wir werden sehen. Schal wir? Der Schako muss da... Na? Dune. So um die Mitte herum. Hier, ich habe gepockt. Ja? Sexy. Und die Eizona geht Richtung Mitte. Ich sehe Freefahren. Ich sehe keine Freekills auf Freefahren. Ja, das ist schön. Als Rentner befriedigt man sich auch mit den kleinen Zockern. Was? Hahaha. Ich bin Raka. Hihi, ich bin irgendwie... ... ... ... ... Hoh. Ah, ich bin tot. Oh, ist das doch hier verflasht. Na von mir aus. ja zack 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 echo darf sollte mir muss mir egal sein ich brauche noch eine rüstung ich habe natürlich den patch sofort durch ich bin voll informiert dass er abgeht immerhin du brauchst nur einen decker mehr mit den letzten patches hast du ja gar nicht so viel verpasst alles gut ja die ist zurück und so das heißt ich soll den Busch verlassen nein das ist dein Busch ja keiner weiß wo ich bin ja ich würde da gehen wo ich bin lass mal die Wölfe Guts and Brides nein komm mach ich hm vielleicht kann ich in der Mitte aushelfen vermutlich nicht okay level yora ist bei mir wir sind spät dran für den Wob wir sind so alt du bist so alt du bist so alt wobei man Scharke zuerst reinspringt ich hab ruhig gemächt uuuu Sona Topas schön ich krieg dir die auch noch 2-3 alles Perfekt ich darf dann mal Mitte soweit ich da bin sooo nicht dass das nötig war aber das war bitter nötig kennt ihr den schon? ein ADC versucht damage zu machen er geht halt bei mir auch nicht das war echt viel gekalte er geht wirklich nicht der Kamill als ob jetzt gar keiner ne jetzt habe ich hier leider der Bruiser Kane ich würde ja gerne dir helfen Kamille das ist ja nicht leicht 440 ah 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 warum warum geh ich nochmal ran und versuche mir zu helfen ah der verbrennt die verbrennt die verbrennt nicht ah freut warum geh ich da nochmal ran und helfe schaaat nochmal ne Rüstung ich glaube Rüstung ist ein gutes Investment hier komm auch gleich komm auch gleich das ist die Wahrheit hoffentlich Pusche die das war leider nicht so doof hä warum machen machen die das raken da kommen böse Leute drumherum should I be running I should probably be running aber wieder jetzt ah wem wir noch durch tschüss oh ein Gegner haben ihn auch bekommen das nennt man ein Desaster im Facht terminus desaster Hm, Ranshee kann den Stil? Ist irgendwie witzig. So wie in den Alten. Krass, du musst dich nicht aufhalten. Da bist du viel Damage. Da steht nur 4-1, 8. Hm, interessant. 4-1, 8. Oh, meiner. Oh Gott, ein Echo. Da ist nicht mehr dran. Kann nicht, kann nicht kommen. Unsere Menschen sind schmerzend. Meine Frau wird hier. Schau! Öff! Tristana, die hatte doch davor kein Leben mehr. Aber hey, stimmt ja, so nicht. Ah, er schafft es auch nicht. Ja, ist schade. Das stimmt. Oh, disconnect. Naja, die Attitude ist nicht besser geworden. Das ist auch mit der Grund, warum ich auf meinem Kanal so gut wie stillgelegt habe. Ja, wirklich, der ausschlaggebende Punkt war, ich weiß nicht, ob es da der eine oder andere mitbekommen hat. Es gab ja ein Video dazu, aber ausschlaggebend war, ähm, ein relativ ausgeglichenes Spiel. Quinn ADC, Galio Mitte bei mir. Es war anfangs, waren wir nicht terrible behind, es gab natürlich Fehler, aber man hat sich wieder gut reingekämpft. Wir und Byron dann einen verloren, da einen dann bekommen. Es war eine längere Runde. Und das einzige, weswegen wir das dann wirklich verloren haben, war, weil Quinn sich gedacht hat, hm, Blue Buff, den gönne ich mir. Und zwar während Galio ihn gemacht hat. Also wirklich nur so, so, ungefähr. Und dann hat Galio natürlich disconnected und, ähm, ja, ist zwar wiedergekommen, aber im Endeffekt hat er keinen Bock mehr gehabt zu spielen. Und aus der Folge heraus dann verloren. Und das ist halt einfach, du konzentrierst dich, keine 30 Minuten, try hard, dass du da gewinnst. Das war ja auf dem Haupt-Account, sag ich jetzt mal. Ja. Hm, war cool. Also auf meinem Stream-Account, das war ja dann Diamond 2. Und da hast du so ein Falten. Da denk ich einfach, ne. Da kann ich dann meine Lebenszeit auch ein klein bisschen besser nutzen. Das stimmt, ja. Das ist vollkommen recht. Das ist halt zu schade. Das ist halt eigentlich schon ein Spiel, dass man Ewigkeiten gespielt hat. Eigentlich nicht schlecht dabei ist, aber das Einzige, was das Kritische ist, ist, dass es ein Team-Game ist und manche Leute nicht fähig sind Teil eines Teams zu sein. Und neben all den Faktoren, die man immer wieder sagt, das League stirbt, ist das für mich einer der schlimmsten. Ah, ich hab den Harry gekickt. Alles gut. Oh Gott. Wir wollen mich töten. Ich hab noch 5 Sekunden auf die Öte. Hab ich. Ja. Ja. Hab ich. Hm. Shutdown. Shutdown. Ich krieg mein Gold. Ich krieg mein Gold. Ich hab einen positiven Halbwegs. Ich bin zufrieden. Ich bin nicht der Fehler gewesen. Nein. 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 Es macht einenklar. Nein. Lass mich doch spielen gehen. Ich bin ab, Gefühle. Ach was. 12,6. Das ist doch gar nichts. Ich bin zufrieden. Ja. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. gar nicht mehr geben. Eine Camille ist doch ein Late-Game-Carry. Es existiert doch gar kein Late-Game mehr. Der hat gerade die Ulti gebraucht. Ja, connected. Just you. Hm, dann halt nicht mehr. Oh, da war noch jemand. Oh. Ja gut, zwei Infinell-Drakes, ein Mountain-Drake. Wir haben schon ein Paar, weil ich Sex bin. Oh Gott, jetzt. Liebe ist so kruel. Wenn du das siehst, dass eine Camille gegen eine Tristana im Tumy-Mans stirbt. Ja, da ist nichts mit Comeback oder so. Komm mal hier rüber. Oh, bin ich nicht mit dir connected? Ich hab mich doch mit dir connected. Ich hab's extra noch gesagt, ich connecte mich mit dir. Ja, hast du geschafft. Ja, sicher. Ha, outplayed. Winkt zwar nix, aber outplayed. 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 Natürlich hat er getroffen. Das war ja schon wieder die Riot-Head-Drake. Das hab ich auch noch wissen. Ja, tschüss. Ja, ein Comeback, sag ich jetzt mal, des Duos. Und trotzdem merkt man, dass League immer noch League ist. Ja. A-D-C's. Spielt keine A-D-C's. Spielt keine A-D-C's. Spielt am besten mit vier Freunden. Ja, gut. World Rumor. What the? Ihr seht das Video. Mein Kanal. Und wundert euch nicht. Ja, Marco ist auch bei mir ab und an abgehakt. Wir werden das bei der nächsten Aufnahme dann beheben. Ich bedanke mich bei euch fürs Mitspielen. Und bei euch fürs Zuschauen. In dem Sinne. Ciao, ciao. Tschüss.